Der Motor läuft schon warm und wir werden jetzt, Bodo und Stefan, die sind schon vorgefahren, ich muss mal gucken wo die sind, also wie ihr seht, ich bin noch am Lederzentrum von der Uhrzeit her, das ist nicht allso weit, mal gucken ob das alles noch so funktioniert, aber ich hatte das WLAN weg, genau Bodo und Stefan sind schon los und ich werde gleich mit dem Zeti Richtung Norden fahren, also wir sind hier in Göttingen, Roosdorf bei Göttingen ist das Lederzentrum, wir fahren Richtung Norden und Felix, ich hoffe du bist zu Hause, dein neues Auto ist auf dem Weg zu dir, also bis gleich xy, xy angelöst, Roosdorf So, ja, herzlich willkommen, noch nicht alle live, aber wir sind angekommen, wie ihr seht, es ist schon dunkel in beide Richtungen und ja, der Z3 ist gut angekommen, Bodo hat Licht dabei, leuchte mal aufs Auto Bodo, dann können wir einmal zeigen, dass es da ist, genau, wir sind auf jeden Fall hier angekommen in der schönen Landeshauptstadt, glaube ich, das ist eine Landeshauptstadt und zwar die Landeshauptstadt von Niedersachsen, also wir sind in Hannover, Felix aus Hannover ist der Gewinner und wir werden jetzt mal zu ihm hingehen bzw. wir überfallen ihn ja einfach so, wir haben ja gar nicht uns vorher gemeldet oder sonst irgendwas und gucken mal oder hoffen, dass er da ist und hier ist die, hier ist das richtige Haus, der Nachname sieht auch gut aus, dann gucken wir mal hier, Abend, wohnt ein Felix hier, keine Ahnung, okay, dann gehen wir mal weiter, danke, ja, das ist schon mal gut, wenn man nicht weiß, ob hier jemand wohnt oder nicht, ne, eine schöne Tür, wir gucken mal, wir klingeln mal da, hallo, hallo, wo ist der? Du weißt Bescheid? Wir wollen ein Z3 abgeben. Ich bin vom Lederzentrum Lars, Odo, Stefan, ich bin Z3 gewonnen. Der ist nicht da, der ist noch arbeiten. Wie lange noch? Bis 20 Uhr. 20 Uhr holen sie ab. 20 Uhr holen sie ab? Ja, wir sind halb neun bis er dann hier. Ah ja, oder wo? Ich bin jetzt schon live auf Facebook, ich hoffe, er guckt kein Facebook. Nein, leider nicht, der steht, der steht und verkauft Medikamente. Okay, super. Weißt du, was wir machen? Was wir machen, ist ganz einfach, wir gehen jetzt irgendwo was essen mit dem anderen, lassen den Z3 schon mal her, damit er nicht mal gefahren. Oder du musst, wir müssen da hinfahren. Wie weit ist das denn von hier um 20 Uhr? Ungefähr ne viertel Stunde am A2 Center. Mit dem Z3 abholen. Mit dem Z3 abholen. Du kannst ihn mit dem Z3 abholen. Du willst ihn mit dem Z3 abholen? Das wär doch geil. Ist das jetzt euer Ernst? Ja, klar. Ja, das machen wir. Wir gehen jetzt erst mal wieder offline. Du guckst ihn dir jetzt einmal schnell an. Genau. Und dann werden wir ihn von der Arbeit abholen um 8,5, 9 oder so was. Ja. Gehen wir dann noch mal live. Okay, bis gleich. Ciao, ciao. Ja. Das ist alles aufbereitet. Meine Lieblingsgang-Überraschung. Ja, ist doch schön. Nacht neu, alles neu gemacht. Wir geben ihn echt ungerne her, muss ich sagen. Ja, wir haben schon überlegt, was wir machen können. Das wird nicht hergehen müssen. Aber wir wollen ja ehrliche Leute bleiben. Auch wenn es hart ist. Ja, das ist auch hart. Guten Tag. Heißt du Felix? Ja. Hallo Felix. Ich bin vom Lederzentrum Lars, Bodo, Stefan. Du hast eine Imprägnierung bei uns gekauft und damit an der Verlosung des Z3 teilgenommen. Ja, und du hast gewonnen. Und deshalb halten wir die Kamera voll drauf, weil wir jetzt sehen wollen, wie du ausrastest. Einer wusste es schon. Ja, Moin. Du hast gestern Abend noch mitgemacht. Gestern Abend. Gestern Abend hast du jetzt mitgemacht? Okay. Ja gut, aber wann man mitmacht, ist ja egal. Genau. Ich kann dir schon mal einen Schlüssel geben. Wir sind nämlich mit dem Auto, wir sind erst zu dir nach Hause gefahren. Ja. Haben deine Freundin in Jogger überrascht. Das ist so, was Frauen gerne mögen. Perfekt. Und haben gesagt, gut, dann fangen wir mitm Z3. Sie wollte dich ja eh abholen. Und jetzt haben wir dich mitm Z3 abgeholt. Dann fährst du dich auch zurück. Ja wunderbar. Dann musst du einmal zurückfahren. Genau. Ja, gut. Also, Leute. Haben wir einen glücklich gemacht. Glück gehabt, dass er da reingeschaltet hat. Wir werden gleich noch mal ein paar Bilder machen. Noch mal so einen Post hinterher. Und ja, schön, dass er mit dabei war. Felix, geil, dass du es gewonnen hast. Ich glaube, er hat den richtigen getroffen. Und ja, wir sehen uns. Bis später. Ciao, ciao. Licht an. Licht anziehen. Ziehen. personally. Hallo, highs wrong. SUPER höre und Além. Ich f cet autum. Vielen, Hein? Untertitelung. BR 2018